Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem geahnden Let's Test auf diesem Kanal. Heute spielen wir Novalance. Das sah sehr stark nach einem Forager-mäßigen Spiel aus, beziehungsweise Factorio, heißt, ihr seht das gleich schon, man kommt in eine Pixel-Welt rein und sammelt Ressourcen ein und mit diesen Ressourcen, oh, eine Story gibt es natürlich auch noch, klar, weiß man doch, wir stürzen mich ab mit unserem Raumschiff, weil wir einfach Vegeta sind. Und, ja, ja, sieht halt wirklich so aus, als ob es diese Raumstation oder dieses Raumschiff von Vegeta sei. Da sind ja schöne grüne Haare, das ist Nova. Und was ich schon richtig cool finde, man muss nicht an die Sachen selber rangehen, sondern man hat einfach so einen Laserstrahl, mit dem man alles abbauen kann. Ja, und klassisch, wie auch bei Forager Forager, habe ich ja geliebt das Spiel damals, vor ein paar Jahren, das ist auch schon mega lang raus. Haben die nicht mal irgendwann gesagt, die wollten auch noch einen Multiplayer rausbringen? Ist der inzwischen rausgekommen? Weiß das wer? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht weiter verfolgt. Den wollte ich eigentlich mit Darkie spielen, aber Darkie hat dann irgendwann jetzt den Server verlassen, also komme ich gar nicht mehr an den Darkie ran. Ich glaube, der macht sowieso kein YouTube mehr. Was soll's? Ja, äh, wir sind jetzt auf jeden Fall hier erstmal bei NovaLands. Und ihr seht schon, man baut hier alles Mögliche ab, aber das ist natürlich nicht das Hauptziel von diesem Spiel, obwohl es schon eine große Anzahl an Spielzeit ausmacht. Nein, das Hauptziel ist natürlich, alles zu automatisieren und ein schönes Leben auf diesem neuen Planeten, auf dem wir gerade abgekackt sind, zu leben. Wir haben ja auch schon wieder Sache, eine kleine Biene, mit der können wir nichts machen, allerdings klaut die uns ab und zu mal Essen, was echt Böses. Aber sie tut uns wenigstens nichts und ich habe eben auch schon getestet, man kann leider ihre Bienenwabe nicht kaputt machen, also müssen wir in Frieden zusammen leben. So, naja, was muss man in Automatationsspielen machen? Man muss natürlich Sachen bauen, aber dafür brauchen wir erstmal noch mehr Stein. Ich habe die Steinproduktion oder Abbauung ein bisschen vernachlässigt, müssen wir das nachholen. Jetzt können wir einen Schmelzofen bauen, Schmelzofen, und damit haben wir schon unsere erste Automatisation, ich kann das Wort nicht, Automation, Automation ist glaube ich das richtige Wort, und da können wir dann Holz reintun, zack, noch ein Rezept auswählen für die Holzkohle und dann macht er uns automatisch unsere Holzkohle. Chillig, oder? Muss ich schon gar nichts mehr machen. Allerdings, wenn ich das ein bisschen schneller machen wollen würde, dann würde ich mir natürlich noch einen zweiten Holzofen vielleicht anschaffen und dieser Holz, äh, oder Ofen allgemein, Schmelzofen, ist dann für modulare Ziegelsteine zuständig. Und jetzt haben wir schon zwei Öfen, die parallel arbeiten und wir haben ja noch ein neues Icon bekommen, Versorgung, Sauerstoffgenerator. Kann man sich natürlich auch als Ziel setzen, das ist ganz cool. Und ihr seht schon, da brauchen wir jetzt sechs von diesen Ziegelsteinen, die wir gerade herstellen und ein Eisen. Hm, wo kriegen wir denn jetzt ein Eisen her? Vielleicht ja aus unserem Raumschiff. Ja, den Anfang habe ich, ich habe das eben schon einmal kurz ausprobiert, so in die ersten drei Minuten, deswegen weiß ich die ersten drei Minuten und ich weiß, was in diesem Raumschiff, ja, alles drin ist für diesen Sauerstoffgenerator. Und in unserem Schiff war natürlich auch noch unser Hund drin, das ist der Aaron und den Aaron kann man natürlich auch streicheln, weil das ein richtig braver Hundi ist. Na, Aaron, du bist ein richtig braver Hundi. Und da vorhockeln auch, das ist ja süß. So, naja, was können wir denn mit den Ziegelsteinen machen? Wir könnten zum Beispiel Forschung betreiben. Oh, da brauchen wir noch vier weitere Ziegelsteine, dann hätten wir eine Forschungsstation. Ich glaube nämlich mit diesem Forschungsgebäude kann man garantiert, kann man jetzt auch bauen, erforschen, dass man dann mehr tragen muss. Die Forschung kommt natürlich in die Mitte unserer Station, weil Forschung ist der Mittelpunkt der Menschheit. Okay, das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Man kann ganz viel erforschen. Zum Beispiel, dass man Eisenbarren und Kupferbarren in seiner reinen Form produzieren kann. Braucht man allerdings wieder 20 Ziegelsteine. Ich setze mir das mal als Ziel. Boah. Ah, hier, Automatisierungskram. Hier schon die ersten Sammlerbots und sowas. Sammler Antenne, mega cool. Okay, aber so weit geht das. Ich glaube aber, das ist nur, weil das Idee muss. So, das soll doch aber jetzt lang, oder? Genug Ziegelsteine? Ja. Nice Rezept. Was ist das jetzt? Eisenbarren brauchen wir Eisen und Holzkohle. Eisen, Holzkohle. Okay, der ist jetzt für Kupferbarren, aber wir haben noch gar keinen Kupfer gefunden. Oh, guck mal, der macht hier Honig, oder was? Oh, jetzt kreift er uns doch an, weil wir Honig geklaut haben. Oh, das ist natürlich doof. Ich weiß gar nicht. Oh Gott. Hundi, hilf mir. Aaron, bitte töte. Geh. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich angreiche. Ich glaube, ich kann gar nicht angreifen, oder? Äh, das ist jetzt natürlich belastend. Ich habe nur ein Abbauwerkzeug und kein Angriffswerkzeug. Das ist belastend. Achso, sorry übrigens, wenn es im Hintergrund immer mal so Störgeräusche gibt, oder so Luftgeräusche. Das ist meine Klimaanlage, aber sonst ist es ja einfach viel zu warm. Ich wollte eigentlich nicht über das Wetter reden, aber es ist halt einfach warm. Heißer, müsst ihr mit klarkommen. War auch in den letzten Videos schon so, aber da hat sich auch keiner beschwert. Beziehungsweise kriege ich sowieso keine Kommentare. Vielleicht gehen die alle schon nach den ersten 10 Sekunden weg, weil sie merken, oh, hier rauscht es, da gehe ich besser weg. Ja, ja. Und ansonsten habe ich noch mein Wolfchen wieder ein bisschen angepasst. Also ihr seht, der ist gerade so ein bisschen pixelig. Aber das ging jetzt nur, weil ich endlich mal meine ganzen Wolfs, wie nennt man das, Teile, die da hat, in eine Datei umgewandelt hat. Das heißt, ich kann jetzt den Wolfi an einem Stück verändern und muss dann nicht erst mal 20 Dateien anfassen. Das ist ein bisschen sehr technisch, deswegen belasse ich es dabei. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall sehr viel leichter mein Wolfi umändern als vorher. Ja, das finde ich ganz toll. Ich war also fleißig. Ja, ja, ja. Was mache ich sonst noch? Ich habe Deadhead geguckt, Leute. Deadhead ist eine richtig tolle Serie auf Netflix. Und da kann ich euch, wenn ihr mal Bock habt, da reinzuschauen und Netflix habt, die, also guckt das auf jeden Fall. Und die neunte Folge, wenn, egal, ob ihr, ob ihr die Serie mögt oder nicht, guckt euch die neunte Folge an. Die neunte Folge ist wirklich richtig, richtig gut. Spoiler ich jetzt, was da so abgeht? Also die neunte Folge ist so eine Musical-Folge. Das war, das Schwein hat Leben verloren. Und die ist wirklich richtig gut gemacht. Also, What Act Value, mega cool. Die Lieder sind mega cool. Die Geschichte dahinter ist mega cool. Die haben so Musical-Lieder, die es auch schon gibt, übernommen, so von Phantom der Oper zum Beispiel. Oder so von, von, von Disney so ein paar Lieder. Aber dann halt auf ihre eigene, ihre eigene Thematik umgemünzt und richtig witzig animiert und sowas. Also das kann ich auf jeden Fall mega empfehlen. Dead End, Leute. Guckt da, die neunte Folge. Fand ich sehr, sehr geil. Das war die Dizzy-Empfehlung des Monats. Was? Weitere bekommt ihr diesen Monat nicht. So, wir können irgendwas Neues erforschen. Was denn? Zack. Bergbank-Radar wird verwendet, um neue Biome in der Nähe zu entdecken. Ah, guck, jetzt kommt der Forager-Gedanke. Es gibt nämlich noch andere Inseln. Es gibt nicht nur unsere kleine Insel hier, es gibt auch viel mehr. Und wir bauen eine Bergbank. Classic Minecraft-Style. Gut, dass das sofort fertig ist. So, was brauchen wir für einen Sammler-Bot? Und wieder mal ein Eisen. Okay, heißt wieder warten. We got Eisen. Mit diesem Eisen baue ich mir eine Drohne. Ach, das dauert doch wieder Zeit. Hallo, Drohne. Ach, wir können drei ganze Drohnen hier reinpacken, sagst du? Okay, der bringt das zur Antenne und soll sammeln. Ah, man kann sogar sagen, was er sammeln soll. Uh, mega cool. Tot? Oh, tote Schweine? Nee. Tötet der dann Schweine? Er soll mal Eisen sammeln, weil davon brauchen wir gerade am meisten. Let's go. Eisen, Eisen, Eisen. Ich sammle Eisen, Eisen, Eisen. Okay, ich glaube, der würde die tatsächlich töten. Dass wir dann die ganzen Tiere hier nicht mehr haben. Oh, der braucht ja mega lange. Aber dafür macht er es automatisch. Dann nimmt er die. Irgend guter Butler. Und packt sie da zurück in. Und ich kann sie dann einsammeln. Hier chillig. Hm, und wir können anscheinend wieder irgendwas erforschen. Ein Lager wäre natürlich auch mega cool. Oh, da ein Jetpack. Booster dich herum. Oh, ja. Ja, Jetpack. Was? Es gibt ein Jetpack. Entbott der Gebäude. Nach Bedarf mit Ressourcen versorgt. Ja, auch mega praktisch. Aber ich weiß, wo kriege ich denn Kupfer her? Aber dafür müssen wir wahrscheinlich erst mal auf eine andere Insel. So, wir haben jetzt ein Jetpack. Oh, das funktioniert gar nicht so lange, wie ich erhofft hatte. Ich glaube, dann spare ich doch lieber auf das Radar. Weil wir damit ja erst mal neue Inseln kennenlernen. Gimme, gimme Eisen. Bis dahin streichele ich meinen Hund. Bravi Hundi. So, wir haben genug Eisen. Äh, 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 äh. Dann Radar. Los, Radar irgendwas voll. Biep, 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 biep. Hä? Oh, das kostet auch wieder alles Mögliche. Oh nein. Oh, Bombe Silber. Ja, ich hab ja nur... Ich kann nur unten links entsperren. Und dafür brauche ich auch wieder ein Eisen. Oh, belastend. Also Eisen. Oh, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ist sehr, sehr wichtig. Da. Da. Ich hab ein Eisen. Bitte entsperre mir. Äh. Unten links. Ja, das sieht interessant aus. Danke, komisches Radar-Ding. Können wir das Radar jetzt eigentlich wieder abbauen, ne? So, okay. Was gibt's hier Schönes? Da gibt's Kupfer, Leute. Gejumpt. Drüber gejumpt. Und Kupfer gefunden. Das ist natürlich cool. Und mit Kupfer können wir uns dann die, äh, die untere Insel holen. Also das ist alles sehr, sehr nice. Jetzt könnte man hier genau denselben Kram wie auf der ersten Insel auch wieder machen. Toll. Naja, ich hol mir hier erstmal Kupfer, weil das ist die neue Ressource, die wir auf dieser Insel finden. Der Rest ist ja hier mehr oder weniger genau dasselbe. Hier gibt's auf jeden Fall mehr Vegetation. Also beziehungsweise es gibt mehr Warzenschweine, die hier alles mögliche machen. Die lassen wir auch erstmal in Ruhe. Die, die können ja ihr Leben leben, wie sie wollen. Und ich hol mir hier mein ganzes Kupfer. Hä? Oh mein, 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 Sauerstoff geht runter. Ich sterb gleich. Ich sterb einfach. Ich sterb einfach. Ja, chill. Ach, ich muss in der Nähe von dem Sauerstoffteil sein, damit ich nicht ersticke. I see. Ja, das ist natürlich eine Komponente, die war mir nicht so klar. Interessant. Ja, dann befüllen wir das Ding mal schön mit Sauerstoff, I guess. Und wir können uns noch eine zweite Drohne herstellen. Denn Drohnen klingen sehr gut, danke. Dann sammelst du mal bitte. Ja, sammel einfach mal auch Eisen. I don't care. Genau aus diesem Grund sollte man sich Ziele setzen. Und mein Ziel ist es eigentlich, den hier zu bauen. Ein Logistik-Bot. Genau, damit der alles mögliche erfüllt. Dafür brauchen wir Kupfer. Und für Kupfer... Guck mal, jetzt kommen wir hier in den Gameplay-Loop. Für Kupfer brauchen wir wieder einen Schmelzofen. Oh, der Grund ist gar nicht so einfach mit dem Controller. Ja, Kupferbarren. Wollen wir uns noch ein bisschen mehr Kupfer? Sollte sich ja... Guck mal, die kacken hier hin. Geilo, vielleicht ist das Dünger. Danke für eure Scheiße. Okay, also das hier ist unser Kupfer- und Scheiße-Insel-Dingsbums. Das ist cool. Und leider nur ein einziger Kupfererz. Das natürlich belasten. Tadaima! Ich hab Scheiße mitgebracht und Kupfer. Oh, ich will das nicht mehr selber machen. Das ist voll anstrengend. Sogar mit meiner Laserkanone. Mit der kann ich garantiert auch irgendwelche Geister jagen. We're gonna call... Ghost! A Nova Buster! I'm the Nova Buster! Oh, wie fleißig die waren. Geil, ey. Ich glaub, das wird später wirklich richtig, richtig witzig. Wenn das alles automatisiert ist... ...und man quasi gar nichts mehr machen muss... ...dann wird das alles chillig, Leute. Der Anfang ist natürlich ein bisschen hart. Aber sobald das Unternehmen läuft, sag ich mal... ...dann läuft's. Was soll ich jetzt sagen? Da läuft's! Kupfer! Danke. So, äh, was wollten wir bauen? Ah, oben rechts steht... ...ein Glück hab ich mir das als Ziel gesetzt. Automatisierung! Spot! Erforscht! Oh, mein Sauerstoffding wird doch bald alle... Ich brauch dringend Sauerstoff. Hier, Sauerstoffkügelchen. Wie witzig, dass die hier einfach an so Pflanzen wachsen, oder? Oh, aber das hat ja fast gar nichts gefüllt. Okay, wir brauchen ganz dringend Sauerstoff. Guck ich denn noch mehr Sauerstoff her? Hier ist noch ein bisschen... Wenn ich nicht die Scheiße aufgesammelt hätte... Scheiße ist natürlich das genaue Gegenteil von Sauerstoff. Oh. Man sammelt hier jeden Kram auf, nur nicht das, was man haben will. Ich hab schon wieder die Scheiße aufges... Mann! Geh doch weg, du Kacke! Okay. Weißt du was? Das war ein Fehler, dich von dieser Insel mitzunehmen. Bleib auf deiner Scheißinsel, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann... Logistik-Bot! Erscheine! Hi. Was soll er machen? Er soll Wasser... Ne, er... Wasser für den Sauerstoffgenerator holen. Allgemeine Rezepte, Kraftstoff für den Generator... Ja klar, mach einfach alles. Na, you... Alter, der sieht ja voll crazy aus. Und wie schnell er ist! Guck mal, der holt jetzt Holz... Und packt das in das Holzding rein. Jetzt... Ja, mega gut! Ich muss gar nichts mehr machen! Ja, jetzt macht das Spiel Spaß! Geil! Jetzt kann ich mich einfach auf meine Forschung konzentrieren. Wie ein echter Wissenschaftler. Forschung! Ein Lagerort hab ich erforscht. Cool! Ja, das gefällt mir. So, jetzt kann man nämlich einfach die ganze Zeit bauen. Lagerort können wir uns sogar leisten. Packen wir mal daneben, damit er das nicht einfach immer ins... Nirgendwo reinballert. Gut, wird gut. Läuft doch! So, was können wir hier schönes machen? Fortgeschrittene Produktion. Erweiterter Ofen. Mein Ofen, der höhere Temperaturen erreicht. Dadurch geht das wahrscheinlich alles schneller, ne? Und wir können Stahl... Ach, Stahl ist das nicht Eisen. Können wir Stahl herstellen? Ja, mach ruhig. Pisi, pisi. Danke, Stahl. Cool! Damit können wir auch auf den einen... Stimmt, wir haben ja noch unseren Radar. So teuer war das eine Ding doch gar nicht, ne? Da brauchten wir nur ein... Nein, zwei. Wir brauchen zwei Kupfer. Okay, dann müssen wir auf einen Kupfer noch kurz warten. Aber dann... Da ist unser Kupfer. Nice! Sogar zwei gleich auf einmal. Aber dann... Können wir die untere Insel freischalten, Leute. Das sieht mir aus wie so eine sumpfi-sumpfi Insel. Aber da gibt es sowohl Kupfer als auch Eisen. Mega gut. Und wenn wir genug Stuff dabei hätten... Warte, wie teuer war das? So ein... Oh Gott. Wieso befüllt er den nicht? Oh Gott! Ich ersticke gleich wieder. Oh, meint ihr, dass je mehr Öfen ich hier habe... Also das wird auf jeden Fall Sinn ergeben. Je mehr Öfen wir haben, desto mehr Sauerstoff wird verbraucht. Das wäre natürlich belastend. Aber der ist ja schnell genug. Guck mal, da rettet er uns. Mit ein bisschen Hilfe von uns rettet er uns. Also eigentlich haben wir uns selber gerettet, aber er hat uns geholfen zu retten. So. Dann für die nächsten Sachen brauchen wir bei Stahl. Müsste es ja dann auf der nächsten Insel gehen, ne? Die haben wir sowieso allgemein noch nicht angeguckt. Wo gibt es hier Stahl, hä? Hier gibt es Krabbis. Okay, hallo ihr ganzen Krabbis. Aber wo soll denn hier Stahl sein? Das hier ist kein Stahl. Das ist einfach nur Eisen. Und das andere ist Kupfer. Ach, warte. Ah, wahrscheinlich in dem, in dem einen Ofen, ne? Haben wir doch auch damit freigeschalten. Wahrscheinlich mit Eisen und Kupfer macht man Stahl. Ist das wirklich so? I don't know. Stahl, genau. Boah, das ist richtig teuer. Sechs von allen braucht der. Okay, warte. Dann gehen wir, ne, die Insel finde ich doof. Wir gehen mal auf diese komische Insel mit den Krabbis. Die scheinen ja auch ganz nett zu sein. Und die fressen einfach Steine. Okay, alles klärchen. So, dann bauen wir hier uns mal, chillig wie wir sind, so ein Logistik-Ding hin. Zack. So, mal auf ganz entspannt. Einfach drei Schmelzöfen hingepackt. Der produziert jetzt alles von sich aus, ne? Der hat hier seine, seine Kohle macht er. Und Eis. Oh, ja, ich gehe ja schon auf die Hauptinsel. Kohle und Eisen macht er auch, weil das gibt es hier alles. Und ich glaube, das hier ist sogar Holz, nicht wahr? Dann hat er, ja, dann hat er alles. Wir können hier allgemein auch einfach mal Holz liegen lassen. Dann weiß er schon, was er zu tun hat. Hier, arbeite gefälligst, mein Sklave. Nice. Okay, das gefällt mir sehr gut. Jetzt haben wir hier alles Neues. Stuff. Danke für den Stuff. Wie gibt es noch mehr Stuff? Brauche ich alles nicht, aber nehme ich gerne. Wir haben immer noch keinen Stahl, weil wir viel zu wenig... ...Kopfer haben. Ach, stimmt. Ja, wie kriege ich... Ich kriege das Kopfer ja hier nicht rüber. Ich müsste quasi das Kopfer von hier mir holen und dann rüberbringen. Äh, dann lass mal noch einen Bot bauen, der dann da auch noch Kopfer abbaut. Das wäre schlau, oder? So, dann produzieren wir jetzt tatsächlich alles automatisch und können dann ab und zu einfach mal herkommen. Wieso greifen die sich alle gegenseitig an? Oh mein Gott, töten die das Schweinchen? Da will ich natürlich zugucken. Nee. Ah, der... Ja, ja, der frisst hier die Eier. Dann greifen die natürlich an. Böse Schweinchen. Ach, na gut. Ich hole mal kurz Kupfer, damit wir hier ein bisschen Kupfererz uns ranholen. Beziehungsweise ich mache dasselbe, was wir auf der anderen Insel gemacht haben. Einfach hier auch nochmal. Das wäre, glaube ich, smart, oder? So, dann ist das meine Standardsache für neue Inseln. Beziehungsweise hier gibt es leider gar kein Eisen. Heißt, das Ding hier bringt mir gar nichts. Das Ding hier unnötig. Dann baue ich den wieder ab. Dann können wir einmal gucken, ob wir alles wiederbekommen, was da... Nee, man kriegt nur 80% wieder. Ein Ofen kostet 10 Steine. Wir haben nur 8 wiederbekommen. Okay, dann gibt es hier halt nur... Äh... Kupfer. Anscheinend. Okay. Aber ich merke gerade, ich hatte hier ja auch nur zwei Bots. Dann können die... Ja, hier fehlt auch immer was. Die haben hier kein Holz für die Holzkohle. Dämlich. Auf was man alles achten muss. Ohne Kohle funktioniert der ganze andere Krab nicht. Aber das ist ja dann so ein bisschen... Oh ja, 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 ja. Ich weiß, ich brauche Sauerstoff. Das ist ein bisschen wie Siedler. Oder nicht? Mit diesen ganzen Ketten, die man machen muss. Oder Anno. Anno ist vielleicht ein bisschen aktueller. Aber wieso haben wir so wenig Kupfer... Ach so, weil wir gar kein Kupfererz haben. Ich muss Kupfererz ranholen. Es hängt alles vom Kupfererz ab. Gib mir all dein Kupfererz, das du hier gesammelt hast. Aber wir haben immer noch nicht volle... Volle Automatatatation. Der hier macht jetzt nur Eisen. Okay, das ist dann unsere Eiseninsel. Ne, okay, das ist jetzt unsere Eiseninsel. Scheiß aufs Kupfer. Kupfer ist dann auf der linken Insel. Und unten ist unsere Eiseninsel. Und in der Mitte wird dann alles zusammengefügt. Ne, warte, das hier ist unsere Kupferinsel. Dann bist du hier unsere... Genau, Eiseninsel. Ja, ja, doch, alles richtig. Alles richtig, Leute. Alles richtig. Und dann können wir jetzt hier einfach alles fallen lassen. Beziehungsweise... Das ist ganz schön arschig, oder? Wenn ich das mache. Ich kann ja auch einfach selber alles da reinpacken. Alles easy, Leute. Hier, nimm, nimm, nimm. Dann muss der Bot das nicht alles machen. Einfach alles hinschmeißen und sagen, hier, Bot, mach. Richtig aus sich, lol. Hab mitgeholfen. So, also ich bin ich dann doch nicht. Bis jetzt schon. Aber manchmal, manchmal doch nicht ganz. So, brauchen wir überall wieder Stahl. Unser Stahl ist fertig. Okay, äh, äh, okay. Stahl, Stahl, Stahl. Gib mir meinen Stahl. Nein, Stahl. Wieso muss ich den denn selber abholen? Hm, okay, Stahl. So, äh, mit Stahl können wir ganz viel machen. Wir können zum Beispiel forschen gehen. Ein größeres Lager, aber, pff. Nicht transportiert Gegenstände zwischen zwei Inseln. Oh, ja, doch, will ich. Gib, 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 gib. Ein Transportarm. Dann muss ich da nicht mehr rüberlaufen. Dann kann ich ja wirklich irgendwann einfach nur noch AFK gehen. Äh, das ist eine coole Idee. Und kostet nix. Ja, bau den hier hin. Pow. Okay, nice. Okay, dann Kofferbarren rein. Mal gucken. Nimm da. Tu da rein. Warte drüber. Das ist doch mega cool. Der Wahnsinn. Und der kann hier dann weiterarbeiten. Ja, mega cool. Bauen wir auf jeden Fall auch noch hier unten hin. Easy peasy. Dann kriegen wir hier nämlich immer unser Eisen. Super geil, ey. Oh, das gefällt mir richtig gut. Das ist besser als Power Giants, ohne Witz. Aber irgendwann müssen wir auch noch kämpfen müssen. Ich hab auch, glaube ich, im Trailer gesehen, dass man hier kämpfen kann. Aber dann hat der jetzt sein Eisen. Wird da dann immer rübergebracht. Und dann haben wir hier oben alles, was wir benötigen. Dann könnten wir natürlich auch Holz rüberbringen lassen. Wir haben hier sowieso so viel Holz. Ich packier einfach noch so einen Transportamt hin. Jede Transportamt kann immer eine Sache rüberballern. So, und dann könnten wir mal zum Radar gehen. Denn eine Insel fehlt uns ja noch, nicht wahr? Diese ganzen Lager sind irgendwie unnötig. I don't know. Wer muss das jetzt schon... Ja, guck mal, nur zwei. Oh, das sieht mir böse aus. Ich kann es nicht abbauen. Ich kann nicht raufgehen. Ich hab hier einfach nur diese Wandmalerei, von der ich keinen Plan hab. Das ist ja underwhelming. Man kann da nichts abbauen. Man kann gar nichts machen. Äh. Da eine Waffe, Energiegewehr. Pew, pew. Pew, pew, Dinge, Leute. Pew, pew. Die hole ich mir noch. Okay, wir brauchen vier Stahl. Da kommen immer drei Stahl raus, wenn ich das... Genau. Richtig in Erinnerung hab. Dann müssen wir einfach noch mal kurz warten. Ich will auf jeden Fall eine Pew, Pew Waffe haben. Und dann macht die Insel da oben bestimmt auch Sinn. Es läuft alles automatisch. Ich muss gar nichts mehr machen. Ich kann hier theoretisch meinen ganzen Kram einfach hinlegen und chillen. Wenn ich nicht immer alles aufsammeln würde, wenn ich einfach nur hier rumlaufe. Mist. Das ist auch ein Fluch, ey. Stellt euch vor, das ist wirklich so. Du läufst einfach nur in der Welt rum und alles, was so rumliegt, sammelt du plötzlich ein. Jeder Zweig, jede Kastanie landet einfach in deinen Taschen drin. Nur weil du dran vorbeiläufst. Belastend, Leute. Richtig belastend. Stahl ist fertig. So einen neuen Stahl, damit sollten wir beides erforschen können. Zack. Neue Gebäude. Finde ich gut. Danke. Und Energiegewehr. Let's go. Okay, was kann ich damit alles töten? Kann ich euch damit... Ja! Endlich! Endlich kann ich angreifen. Oh. Okay, ich hab eine Stamina-Anzeige, aber ich kann jetzt Gegner töten. Tot! Tot und verderben. Ich töte alle Bienen dieser Welt. Das geht nicht. Das ist ja noch eine andere Spezies außer den Menschen auf dieser Insel lebt. Ja, super cool. Guck mal, die haben sich ja nämlich schon mega ausgebreitet. Wenn man denen nicht Einheit gebietet, dann würden die sich hier immer weiter ausbreiten. Stimmt! Deswegen sind das auch Eier. Deswegen wäre das gut, wenn man denen die Eier klaut und die frisst, damit sie sich nicht weiter ausbreiten und mir meine ganzen Sachen klauen. Jetzt macht alles Sinn, Leute. Es hat von Anfang an Sinn ergeben, dass die Menschen alles unterdrücken. Können wir Datenanalysate hier irgendwo hinbauen? Doch nicht. Ich hab leider keinen Platz. Kann nur in der Nähe einer Bermutium-Ader gebaut. Was ist denn ein Bermutium? Ja! Das ist Bermutium! Aha! Guck, das ist die Story. Ich brauch jetzt aber nicht wirklich sechs Stück davon, oder? Oh, doch. Eine sieben sogar. Oh mein Gott. Das kann ja ewig dauern. Okay, 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 okay. Ich hab mir überlegt, während ich warte, die ganzen Bienen hier zu töten. Ihr seht doch schon, ich hab hier schon ein paar getötet. Und holy shit, sind die nervig. Du tötest zwei Bienen und es kommen vier neue nach. Das ist echt krass. Also man sollte auf jeden Fall diese komischen Nester hier angehen. Weil sonst kriegst du das gar nicht mehr in den Griff. Du kannst hier permanent mit diesen Dingern kämpfen. Geld, ey. Das waren nur vier Nester und das sind trotzdem einfach so viele. Und hier sind Eiern drin. So, letztes Nest. Dann bin ich mal gespannt, ob die Natur wieder einen Weg findet, dass die Bienen auf dieser Insel nochmal neu erscheinen. Weil eigentlich hab ich jetzt alles getötet. Das hat so viel Zeit gekostet. Ich kann mir, ja, gut vorstellen, das sind derzeit richtig viel Stahl. Einfach jetzt standen sechs Stück, das sollte lang. Dann hätte ich hier meine sieben Dinger. Und ich hab den natürlich super schön aufgebaut. Einmal drumherum. Wie es sich gehört. Und den über sieben. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Oh mein Gott, es wackelt alles. Was ist da drin? Der oberkrasse Endboss? Das wär witzig. Wenn jetzt einfach ne ganz neue Welt auftut und das plötzlich ein Dungeon Crawler wird oder sowas. So Isaac mäßig. Races Bill. Hä? Nein, wir haben die ganze Insel kaputt gemacht. Und unser Leben damit ausgelöscht. Fracking ist nicht gut, Leute. Fracking ist böse. Hä, wir sind jetzt wirklich im Berg drin, oder was? Oh, who are you? Houtini! Hä, jetzt hab ich mir das alles aufgebaut? Nur damit ihr mir das alles wieder wegnehmt, oder was? Ja, das war auf jeden Fall die Demo. War klar, dass da dann die Demo endet. Ich frag mich halt, ob der Anfang von dem richtigen Spiel dann auch so ist. Hier seht ihr nochmal, was man da alles Tolles machen kann. Ich hätte mir gewünscht, dass man viel mehr Bots haben müsste. Ich musste jetzt noch viel zu viel selber machen. Aber wir sehen oben links schon eine Drohne, also die tatsächlich auch fliegen kann. Und auch Dinger, die schneller hin und her gehen. Ich glaub, das kann man so richtig schön alles automatisieren, dass das so richtig befriedigend ist. Wie bei Faktorio halt. Ja, ja. Mal gucken. Auf jeden Fall 20 Euro. Wenn mir der Entwickler das nicht geben sollte, dann kaufe ich es mir wahrscheinlich tatsächlich. Ja, auf jeden Fall schönes Spiel. Ich brauchte jetzt etwa eineinhalb Stunden, um die Demo durchzuspielen. Ist, glaub ich, in Ordnung. Coole Demo, cooles Spiel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich muss mal gucken, wie ich das zusammenschneide. Aber ja, mir hat's gefallen. Und das ist die Hauptsache, nicht wahr? So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.